Na, egal. Ich kann gut fahren. Ja, okay. Sehr gut. Oh, oh, oh. Okay. Komm, ich will schanzen. Uh. Hey, das war eine Schanze. Versch mich nicht. Ich hab gedacht, jetzt können wir das epischen Rüberjump machen. So einen epischen Rüberjump. Oh, ey. Einfach wegen so Sachen liebe ich die Serie. Weil die einfach mal einen geilen Singleplayer haben. Und im Gegensatz zu so spielen wie Modern Combat, wo es einfach nur aus Schießen, aus Ziegen und Schießen besteht, muss man hier auch mal noch ein paar andere Sachen machen. Wie die Rätsel oder so. Scheiße, den hab ich nicht getroffen. Oh, nee. Dich will ich auch nicht unbedingt töten. Komm, ich hab's nämlich auch im Trailer hier gesehen. Die Stelle hier, wo man dann eben so rumfährt. Und da hab ich mich auch sehr drauf gefreut. Und... Oh, der war mies. Und der auch. Und der auch. Grad konnte ich einfach nicht so schnell lenken. Aber jetzt bin ich wieder voll drin. Und... Komm, wir schießen, wir schießen. Und lenken. Komm, wo bleibt die hier? Ich hab keine Angst vor euch. Oh. Ach so. Das ist auch so geil. Das schießen wir einfach ein bisschen. Das steuert sich gerade sehr wirklich. Okay, ja. Das war knapp. Ach so. Ah, okay. Es geht weiter. Dachte es schon. Jetzt wär's schon vorbei. Aber kurz zu laden. Aber das darfst ja auch so schnell wie hier durch die Gegend rasen. Und wie geht's weiter hier? Ja. Nein, 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 nein. Komm, mach hin. Er gibt Power. Hier bleiben die Gegner. Ich sehe noch niemand verdächtig ruhig hier. Der Beck hat doch sicher was zu bedeuten hier. Jeremo. Ich hab Karn auch gesehen. Und? Ich muss ganz ganz einfach auszielen. Trifft die doch überhaupt nicht. Ich wusste, wer ich hier trifft. Ich kann doch nicht zielen. Scheiße. Hä? Wie zielt man? Muss ich da auch noch zielen? Scheiße. Okay. Geil, jetzt bin ich hinten dran und die treffe ich nicht mehr. Oder gebe ich jetzt extra Mega-Gas? Hm, ein bisschen unschlüssig gerade. Ich glaube, wir haben einen ziemlich coolen Bug genutzt. Ja, ziemlich cool. Man will ja so eine Herausforderung im Spiel eigentlich. Aber da kommen ein paar mehr Freunde, die mir ein bisschen Angst haben wollen. Ey, ich war nicht traurig. Alter, kannst du die mal bitte treffen? Ja, gut. Jetzt bitte regenerier dich. Wie lange halte ich das hier nicht mehr aus? Treffen eindeutig zu gut. Aber nicht so schlecht. Fresse ohne Fadenkreuz und ohne alles. Oh, 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 oh. Okay, schöne Kurve drehen. Von mir versuchten wir uns runter. Denora. Setzen, alterisch. Oh. Aber gut, hast du viel Schaden eingesteckt oder was? Müssen wir mal am Ende schauen, was ich bekommen habe. Okay, nicht über die Teile fahren. Hm, ah. Und da vorne ist ja auch wirklich... Guck mal, meine gerade Kitschen für einmal. Sehr gut. Meins hinüber. Jetzt müssen wir ein bisschen drehen, aber jetzt auf der Geraden. Sehr schön. Ah, da war ich wohl auf der falschen Strecke. Muss man ja auch noch überlegen. Okay, also ich muss auf der linken Seite drängen. Links, 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 links. Ich bin ja noch gar nicht. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja. Okay, geschafft. Dies ist eine Hindernis auf jeden Fall. Komm schon. Bleib hier. Ich lieb das Teil. Ich kann einfach nur von dieser Serie schwärmen. Nie gedacht, dass er die Sieger... Oh, nee. Wurf. Okay, aber hätte ich da oben entlangfahren können. Das ist ja cool. Okay, die Steuerung ist halt eben noch lange nicht so gut wie jetzt zum Beispiel auf Asphalt 7 oder so. Autsch. Oh, nee. Jetzt sitzen wir hier rum und wissen nicht, was tun oder was? Now what? Now what's the name? Now we're going to use these mines to ambush every last one of them for what they did to those colonists. Then you should hurry and place your mines. They're approaching. Okay, mach ich. Okay, mach ich. Okay, ich laufe jetzt mal rum. Oh, da hinten liegt noch was rum, das ich gern habe. Oh, Kranatwerfer, Kranatwerfer, Kranatwerfer. Okay, leufe, laufe, laufe, laufe. Was, bitte? Sehr gut. Die werden mal hinüber. Das heißt, ich pun mal hier ein bisschen von oben, weil ich das Geld da hinten möchte. Geht doch nicht. Nicht schlechtes Aiming auf den Berg hier. Na ja, wo ist denn der Andritz hier? Ja. Okay, auch wieder ein ganz cooles Setting, dass man sich jetzt richtig einlebt. Ach, aber weiter darf ich ja nicht. Okay, scheiße, ich brauche hier... Äh, komm, 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 dich hau ich damit weg. Eins, komm. Brauchen wir richtige Offenheit. Gut mit dir. Das kann's ja nicht sein. Ja, niemals aufgehen, Leute. So sieht's aus. Und ab geht die Post. Und damit wird wieder ein Level geschafft. Nach bald einer Stunde... Äh, geiler Scheiß-Trophäe zu stehen. Zerstört sind hintermisse. Automatische Zeitverlangsamung bei schlechter Gesundheit. Geil. 20 längere Zeitverlangsamung. Oh mein Gott, wenig Geld. Sorry, Leute. Ein weiteres Artefakt der Richter befindet sich auf dem Planeten Sagittarius. Karl versucht es ihnen in seinen Besitz zu bringen, bevor die Allianz es für ihre Zwecke füllen kann. Okay, also das heißt, wir sind gegen die Allianz. Einfach ein bisschen Müll gelabert. Also wie ein Halo eigentlich. Schreibt es ihnen nicht. Oh, nee. Fängt er schon mal super an mit mir. Meine toisend Waffenaubnahmen. Okay, was bekommen wir hier? Muss er automatisch? Was sagt denn das Feldspalze? Hä? Wie ist denn das Spalze? Oh. Ein paar anzügliche Witze. die sich die runde scheiße ich setze der war drauf weiche von mir diese lese strahlen das ist so knuffig die vier ja ja perfekt so muss das aussehen die strahlenkanone des diesjährigen zum mutter weg hat man halt auch ok was finden wir da wetten wir granaten wetten wir granaten ok mal wieder was rätseln ok jetzt haben wir mal kurz Zeit oh fuck haben wir nicht ahm wo muss ich weitermachen scheiße ok ich muss da hinten hin das heißt ich kann eigentlich bloß indem ich da unten hinkomme ok nochmal kurz ausprobieren ach so das kann ich nicht drehen also das heißt wir müssen den da dann so dann können wir das runter und dann da hochschießen das geht mal klar ok also ok das war fail oder ne das war richtig alter auch wenn ein bisschen anders als wahrscheinlich erwartet wir haben es hingekriegt wo geht es denn hier lang von da kommen wir ja aber gab es nicht noch irgendeinen anderen Weg aber cool der kann ja auch zweimal springen ist mir einigermaßen aufgefallen im Multiplayer also so ist einmal und so irgendwie weiß ich nicht darf nicht so viel von diesem Teil verbraten aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Schrotflinde bekommen von dem her könnte man es noch nicht verkaufen Granaten ach ich weiß nicht was man davon halten so bislang sind die überall diese Laserstrahlen die mag ich nicht so weil die weggehen will ich etwa wieder nach oben ok damit passiert nichts hier auch nicht mh bäh sieht aus als ob ich das zerstören müsste gleich mein Liebling mh voll Metal Action mh 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 Untertitelung des ZDF, 2020